Yo Leute ich bin's wieder Omlin und heute mal ein kleines Push Video von mir abonniert Sascha123 Ja er will gerade 100 Abonnenten haben also 53 Gabus er braucht noch ein paar noch 47 Gabus oder so Jo also er macht Live Streams von GTA und Videos mit DavidTV abonniert den auch aber ich hätte ihn nicht mal gefunden auf YouTube Also ja abonniert ihn er macht sehr sehr gute Videos und jo also 50 Abonnenten Er braucht noch paar also er will die 100 Abos knapp mal so abonniert ihn ja und ein Intro von ihm Ok erstmal so ein Bottleslip Ja das geht einfach mit so einem dicken Ice-T-Flaschen aber Talent das ist cool Ja also das war mal das Video Er macht noch nen Vlog Abonniert ihn und drückt auf die Glocke damit ihr kein Video mehr von ihm verpasst Also ja Tschüss Leute abonniert DavidTV und Sascha123 Also ja bis zum nächsten Video Leute und ja bleibt dran ich bin noch aktiv Ja ihr fragt euch warum ich jetzt so lange inaktiv war weil ich muss wegen der Schule lernen und so weiter das halt Ja ja durch Jungs Machen